Na dann immer mal rein. Und ich wette, das ist nur so so ganz klar. War ja klar, war. Ja, in der Nacht sieht man das nicht, aber irgendwie ist ja gar nichts los. Müssen wir uns noch eine suchen oder wollen wir uns einfach in die Erde buddeln? Ach, wir gucken uns mal ein bisschen um, ein bisschen erkunden, ist doch cool. Da hinten gab es einen Berg, äh, da wollte ich unbedingt mal hin. So, auf geht's, schwimmen wir los. Ah, noch mal einen guten Schluck getrunken. Ey. Wir haben uns wieder ein paar Hühnchen, die möchte ich aber nicht abschlachten. Ich möchte eigentlich, weil die spawnen ja nicht neu. Ah, das ist ein Ei, das ist super, das ist dann nicht mal ein. Man kann ja irgendwie ganz viele Hühner zusammenpacken und dann legen die Eier und man kann das irgendwie durch Wasser so beeinflussen, dass das, ähm, dann immer zu einem hingespült wird. Das ist cool. Cool. Und scharf. Mann, hier sind ja echt noch eine Menge Hühner. Oh, guck mal, da hat uns noch ein Hühnei. Oh, da ist noch ein Ei. Super, ey. Eier. Ups. So, kann ich nicht, warte, ist das gerade vor mir die spawnende Ei? Scheiß Drecksviecher, ey. Guck mal, hier ist ein Ei. Das ist ja wie, wenn man mit so einer Katze oder so spielt. Hier, guck mal, hier ist Würsthaar, kriegst du nicht. Da ist ein Ei, da ist ein Ei, äh, kriegst du nicht. Ha, ha, ha. Scheiß Huhn. Eigentlich hättet ihr hier alle dafür töten sollen, ja. Ich bin ja mal ausnahmsweise großzügig. So, das ist ziemlich hoch hier. Kohle. Na, brauch ich nicht. Ich brauch ne Höhle. Ich will unter die Erde. So. So, dollä. Ich brauch Eisen. So. Ich will Eisen aus dem Boden raus reisen. Das Lava? Ist da in der Nähe vielleicht irgendwas? Ist nur ein dummer See. Hm, hm, hm. Oh, oh, oh. Ups. Da haben wir sie doch schon. Und dann muss ich immer. Das war einfach. Ähm. Komm, schwimm hoch. Komm schon. So, jetzt möchte ich jetzt mal hier irgendwie ein bisschen. Damit wir hier den Eingang auch irgendwann mal wieder finden. So, mal ein paar Fackeln hin. Und dann schwimmen wir. Okay. Drei, zwei, eins. Ab geht's. Hey. So, sind wir jetzt in der Höhle. Und dann können wir, oh, da ist schon ein bisschen Eisen. Eisen, ich leuchte erst mal aus, ne, weil ich möchte nicht unbedingt, dass mich zehn Creeper von hinten auf einmal angreifen. So, Eisen, Pilze. Okay, einer reicht mir. Ich sollte mir vielleicht noch ein Schwert craften. Stirb. Stirb. Ah, komm schon. Danke. Das ist Schwarzpulver. Das will ich mir holen. Oh, da kommt ein Zombie schon gleich angewackelt. Ich crafte mich erst mal kurz hoch und hole jetzt erst mal das ganze Zeug hier aus dem Boden. So. So, hupf, hupf. Also, Eisen kann man auf jeden Fall in diesem Let's Play noch gebrauchen. Ne Menge, denke ich mal. Obwohl wir uns das Eisene jetzt wegen dem Mod sparen können. Obwohl der Mod wird ja auch nicht mehr ewig auf meinem Minecraft drauf sein, weil bald kommt ja dann das Update raus. Und dann können wir Minecraft, äh, kann ich die Mods nochmal neu installieren, beziehungsweise die müssen erst mal geupdatet werden. Und wollte Notch nicht mal irgendwie so eine Art offizielle Mod-Plattform schaffen, dass man da nicht irgendwelche Extraprogramme erst installieren muss. Da war mal was. Aber, naja. Mal gucken, was da noch so kommt. Ähm. So. Dann hole ich mir hier auch nochmal ein bisschen Eisen aus der Wand. Mal gucken, kann ich jetzt hier irgendwie... Erde habe ich hier. Dann mache ich das mal so. Scheiß Zombie. Aufs Maul. Versteck dich da nur. Was glitzert da unten? Ach, das ist ein Enderman. Echte Kicke, echte Kicke, echte Kicke. Ja, die Endermans haben ja voll die Eigenschaft, die Landschaft immer zu ändern. Also die Dinger kacken gerade auf Multiplayer-Servern extrem an, das kann ich euch sagen. Obwohl, ich glaube, das wurde auch wieder ein bisschen gepatcht. Ich habe früher mal Multiplayer-Server gespielt mit ein paar Freunden und da, äh, immer wenn du unten gekommen bist, haben die deinen Haushalt komplett zerruppt. Und, ja, es war nicht so cool. Ich möchte ihn nicht angucken direkt, aber ich werde trotzdem gegen ihn kämpfen. Oh, ich kriege Hunger. Erstmal den Zombie töten. So. Mit coolem Blues im Hintergrund. Warum greift er mich nicht an? Äh, kommt der Punkt. Oh, ich guck dich, guck dich an. Scheiß Spaß. Hallo. 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 Hm. Du Sack. Ist ein Erdblock geklaut, hätte man wussten, der jetzt. Äh, äh, ooooh, Mama. Okay. Ähm. Du hast, du hast meine Brücke geklaut, du Spast. Fick dich. Jetzt komm mal her. Jetzt, jetzt gibt's aufs Maul. Nee, nee, also mit mir ist nicht zu spaßen so leicht. Änder-Man. Der hat sich verpisst, der hat Angst. So, Sack. Oder er möchte uns hinterhältig, halte ich hinter, äh, was? Erdolchen. Eisen. Perfekt. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Eisen aus dem Boden rausreißen. Bam. So ein besserer Reim fällt mir nicht an. Den hab ich ja vorhin schon gebracht. Geröll. Haben wir noch eine Schaufel dabei? So, die kommt mal hier auf die Taste 5. Gibt der den. So. Also Geröll kann man auf jeden Fall noch brauchen. Ähm. Braucht man das nicht auch ein bisschen für Pfeile? Das kriegt man dann noch so nichts. Wo manchmal, wenn man ein Geröll abbaut, oder hat sich wohl das für den Patch? Oh, guck mal, da krepiert ein Zombie. Oh, guck mal, da krepieren es gleich zwei Zombies. Oh, guck mal, oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, mein Gott, noch ein Zombies krepieren. Das reicht jetzt aber mir an Geröll. So. Ähm. Grünes Wasser. Okay. Müssen wir noch mehr Eisen. Eisen. So, da renne ich mal jetzt auch schnell hin. So. Das rube ich auch mal raus. Da, 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 da. Und so eine Hülle, das ist ja echt, echt, echt. Nicht gerade so immer die spannendste Angelegenheit. Oh, hier kommen wir jetzt noch mehr. Aber da hinten habe ich es noch nicht zu Ende abgebaut. Ich weiß, ich habe es registriert. Und ich glaube, dann haben wir auch erstmal genug, ähm, also ich möchte jetzt nicht so eine riesen Erkundungs-Mega-Tour machen, wo wir, äh, alles rausholen, was geht aus der Höhle, sondern, äh, ich verlaufe mich sonst auch noch. Kommt, jetzt ein bisschen Kohle holen wir uns auch noch. Also Kohle können wir vielleicht gebrauchen, keine Ahnung, wir schmelzen wahrscheinlich nochmal irgendwie ein bisschen Glas und, und so. Und, ähm, ja, ich würde auch gerne erst mit dem Haus auch ein bisschen weiterfertigt werden. Aber was wir jetzt auf jeden Fall in der Aufnahme schon mal gemacht haben, ich gucke mal gleich nochmal nach, wie lange die schon aufnimmt. Moment. So, da. Wir haben noch ein bisschen. Also, wir sind jetzt wahrscheinlich gerade, äh, so gegen Ende Folge 3 oder so. Also die dritte, dritte Folge, die ich aufnehme. Und ich habe keine Ahnung, welche wir jetzt sind. Aber egal. Irgendwo im zweistelligen Bereich. So, darunter will ich jetzt nicht grünes Wasser. Hm, warum auch immer. So, Fackeln haben wir hier. Guck mal, wollen wir den Zombie mal hier ins Feuer locken? Na, komm mal her. Na, komm. Na, fein. Na, wer bist du denn? Na, komm mal her. Na, komm. Scheiß, Zombie. Komm. Stirb. Ich will dich sterben sehen. Wow. Kacke. So, ich muss hier mal kurz die Lave. Entfernen. Komm her. Na, komm mal her. Ja, fein. Ja, hüpf. Scheiß, Spastius, hüpf doch mal. Ja, ja, hü. Ja, komm, ja, ja, ja. Ha, ha. Püffel, püffel, püffel. Ausgelacht. Mal gucken, ob irgendwas noch cooles hinter ist. So. So, noch wieder Geröll. Das ist ja völlige Geröllshöne. Dann krieg ich ja gleich ein Gräuel. Das ist wieder so ein Gang, der uns nichts führt. Ja, ha, verwusste ich doch. Coole Sache. Fackeln umsonst. Fackeln verschwindet. So. Und die Kohle holen wir uns ja auch noch ein bisschen mal raus. Also Kohle können wir immer gebrauchen. Dab, dadab. Was ich auch cool fand, dass relativ viele von euch Stronghold geüberspielt haben. Als ich da mal in irgendeiner Folge von erzählt hab, dass ich das früher gern gesockt hab. Ja, das war schon ein cooles Spiel. Aber gerade so StarCraft finde ich noch cooler. Ist irgendwie noch übersichtlicher und auch cooler. Hier auch hier mit der ganzen Electronical Gaming League ESL. die ja auch gut ist. Habt ihr da mal gespielt eigentlich? Also in Command Arms kann man sich ja glaube ich auch anmelden. Ähm, ich geh mal davon aus, dass viele von euch mich auch über Command Arms kennen. So Fackeln haben wir... Also hier geht's nicht raus, das weiß ich. Aber ich guck mal trotzdem. Also habt ihr, falls ihr in irgendeinem Spiel schon mal ESL da gespielt? Das würde mich interessieren. Ich nicht. Ich hab's mir schon ein paar Mal überlegt. Aber ich hab's dann nie gemacht, weil es irgendwie... Keine Ahnung. Und es ist dieses...